Tja, niemand da. Benjamin, was tust du da? Jetzt halt doch still. Was ich hier tue, ich bin sicher nicht hier zu meinem Vergnügen, das schwöre ich dir. Alles noch ganz? Nicht verletzt? Nein, nein, alles klar. Wo läuft er denn jetzt hin? Es verschwammt da lang. Was denn? Euer Cosma aus Schwein. Wir müssen hinterher. Ja.